Kreuzfahrtschiff rammt Eisberg vor Alaska Plötzlich wackelte das ganze Schiff, Kreuzfahrt-Passagiere erleben auf dem Weg zu einem berühmten Gletscher einen Schockmoment. Vor der Küste Alaskas rammt die Norwegian Sun einen im Wasser treibenden Eisberg. Die Fahrt muss unterbrochen, das Schiff untersucht werden. Kreuzfahrtschiff rammt Eisberg vor Alaska Plötzlich wackelte das ganze Schiff, Kreuzfahrt-Passagiere erleben auf dem Weg zu einem berühmten Gletscher einen Schockmoment. Vor der Küste Alaskas rammt die Norwegian Sun einen im Wasser treibenden Eisberg. Die Fahrt muss unterbrochen, das Schiff untersucht werden. Kreuzfahrtschiff rammt Eisberg vor Alaska Plötzlich wackelte das ganze Schiff, Kreuzfahrt-Passagiere erleben auf dem Weg zu einem berühmten Gletscher einen Schockmoment. Vor der Küste Alaskas rammt die Norwegian Sun einen im Wasser treibenden Eisberg. Die Fahrt muss unterbrochen, das Schiff untersucht werden. Die Fahrt muss unterbrochen, das Schiff untersucht werden. Untertitelung des ZDF, 2020